Hallo und herzlich willkommen zurück zu Aramex mit dem Klaas. Gerade hat jemand geflasht. Wir sind gerade in den Spieleren gekommen. Bäm! Einer hat einen Flash gezündet. Ich weiß nicht mehr. Okay, ähm. Ich gehe Full HD. Ich glaube, ich gehe Blutdürster als erstes. Ah, ne. Dann hole ich mit. Was kauf ich mir denn? Ich gehe Full auf Lebensraub. So, dann noch... Okay. Gut. Unser Team besteht aus Gragas. Sandro spielt einen Nasus. Einen Xerat haben wir wieder im Team. Das kennen wir. Wenn wir jetzt nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht. Einen Maokai. Und ich spiele Sivir im Gegenteam. Einen Graves, Fiddlesticks, Rumble, Sion und Soraka. Ja. Ja, das habe ich da. Ich bin verstummt. Ja, ja. Aber ich habe... Die erste Attacke vom Viertel habe ich abgewehrt. Okay. Schon wieder verstummt. Xerat, poke sie tot. Warte. Poke im... Dead. Xerat. Warte. Schau bitte. Boah. Mach mir nicht gut Damage. Ist ja abnormal. Haha. Okay. Alle auf dem Graves. Was hab ich gekauft? Ah, nur eine Spitzhacke. Okay. Wie viel Damage macht er denn? Ich kann es nicht sehen. Äh... 105. Ich mach 100. Ja. Warte. Hundertfünf. Nicht so scheiß Raben. Scheiße, ich bin silenced gewesen, bevor ich meine E-Zimten konnte. Die beste Methode, um hier Mana zu farmen, ist doch eigentlich, wenn ich in Soraka... Jawoll, der Hammer. Sehr gut, Junge. Boah, die hat gelitten. Ich aber auch. Ich hab mich auch so hoch. Boah, gehst du mal weg, du, kleine Bitch. Von der Mau. Da flasht er. Boah, ich bin da dauernd verstummt, das ist... Ich muss keine Fähigkeiten zünden, von daher. Ist es mir egal. Ist es mir egal. Mir egal. Ja. Komm schon, Kill. Okay. Jetzt aber. Oh, der hat ja nix mehr. Alter, der Kragas. Hast du es gesehen? Der flasht erstmal voll rein. Oh, ja. Okay, ich muss weg. Nimm die Heilung. Schick deinen Vogel auf mich, tu es. Nein, bitte nicht. Dankeschön. Ja, aber ich bekomm dafür Mana. Nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Ich hol mir die Heilung. Okay. Ach, ich hab keine Ehe ab. Scheiße, ich hab die nie geschaut. Läuft bei uns. Ja, da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Viertelstix ist oben drin. Alle Klärchen, mein Bärchen. Kommt ein Vogel geflogen. Viertelstix ist immer noch da drin. Ne. Sein ist da. ja da kann man was machen ja da kannst du da machst du nix komm schon xerat poken bisschen ne der ist da unten aber nicht zu mir alter scheiß rabe xerat mal seinen mana hier fahren damit er schießen kann aber der ist wirklich low mana der hat nix wenn er klar hätte wäre es cool wäre es gut oh my god ach gott ich hab mal abgewehrt den vogel ouch soll ich hab ulti ja jetzt hab ich ulti kann irgendjemand ne fähigkeit auf mich scheint keiner drin zu sein genau wo mein schild weg war kam der vogel an ich bin in der ulti vom äh vom vom Rumble drin stehen geblieben war nicht so gut so das hier läuft nicht so gut bei uns mhm ne übers late ja hoff ich mal nein ich hab nicht mehr erwischen können was das für ein scheiß na wo ist viertel nein oh gott weil sich einer von den spacken davon treffen lassen muss feich du noob so die wollen ein ich bin verstummt passiert werden kacke ich geh einfach auf irgendjemanden weil ich nichts sehe ich bin tja was machst du jetzt was machst du jetzt hm so jetzt pushen wir die scheiße rein genau genau halt den raves schon hoch guck mal kurz mana ab ach fack bin ich wieder verstummt ist bisschen nervig das verstummt nur ein bisschen wieso zündet der jetzt seine ulti achso wenn er rein geht ja ja der der die passive ja holt mir sich mal holt ihr sich mal das ding nein guck doch weil der xera sich nicht die kack heilung holen kann dieser noob boah wir verlieren weil xera nicht schießen kann doch er hat mal getroffen hm 0 2 0 2 ich bin genauso gut wie suraka alter oh nasus ah ah von da an gut dass es weggeschoben hat nicht das ist einfach voll fies die haben voll den healer ach da oben ich hab keine eh ab oh Gott sei dank puh aber deren frontline ist so heavy und der healer nerv ja das lässt sich wieder poken ähm ja ja harker lebt immer noch oh oh ja ich renn wieder mitten rein ähm ehm ehm du musst 6 farm du hast nur 3 ja wie soll ich denn farm mit liebe nasus auf der map ist kacke es ist ein topliner der kann vielleicht gegen einen allein kämpfen aber gegen 5 auf einmal viel spaß hm hm jetzt gehen wir auf das hier hm willst grad deine kuh machen verstummt ja ja hm 188 oh da hat er im Busch gekämpft der nächste bitte okay nein ich muss weg ich bin zu langsam ähm so lenkt hier ja ich bin auch mal einer da oben ja ne ich hab doch alles auf cooldown jetzt saugt er den maokai leer und und burn oh 19er p.o.p. okay zwie ist auch nicht grad mein stärkster adc spiel lieber jinx die 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 du 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 der wollte den der Vogel vor ah Ja, das war eine gute Kombo. Mach's. Yo. Jetzt kommt der Vogel geflogen, alles klar. Oh. Komm schon, wieso schießt der Tower nicht auf den? Tja. Ach, komm schon. Nee, krieg den wieder nicht. Wieso hast du eigentlich nicht das Ding drin? Doch, du hast es ranspringen. Wieso nutzt du es nicht? Alles nicht treff. Dem Skillshot. Jetzt rennt er unter den Tower, der Junge. Und lässt sich von allem Hitten, was sie haben. Ja, aber ich soll den Ausweichen. Mal ganz ehrlich. Du bist ein dicker Nasus. Komm schon, Xera treffer es. Ja, endlich. Der macht aber auch nicht sehr viel Damage. Na, komm. Out of the Graves. Der Viertel. Hier flasht, ey. Wofür ist der jetzt geflasht? Mit der Wegekillt. Kriegen wir auch mal diesen Kack-Tower da. Oh mein Gott. Hast du es mal gewollt? Rumble kommt angerannt. Nimm das Ding mit, du dummes Kind. Boah, Alter. Wie er wieder vorbeigerannt wäre. Ich muss kurz weg. Okay. Hast du ihn gekooht? Ja. Da ist ein Viertel drin. Aber scheiß auf die Obsoraka. Ja, mehr als das überlebt. Ja. Das hier. Schuh wäre mal auch nicht schlecht. Warte, was. Das ist so gut ein Endforum. Ja. Das brauche ich eigentlich nicht. Okay. Wie geht es bei euch da unten? Witze. 80 HP, Junge. Warte, ich bin gleich da. Dann mache ich die schneller, damit du schneller sterben kannst. Ich glaube, du brauchst Lebensraub. Das sagt er bei mir gar nicht. Das ist von Rumble. Ich kann ihn mich auch nicht hochheilen, weil ihr einfach die ganze Lane weg macht. Gutes Team. Gut so. Nein. Ich muss mich hochheilen. Oh, der hat Damage gemacht. Du stirbst jetzt. Schau, wie er dich machen will. Hast du dazwischen geworfen. Ähm. Ja. Ich habe nur einmal treffen müssen. Ich sterbe jetzt, aber den nehme ich noch mit. Alter, wie der einfach unterm Tower stehen bleiben kann. Wieso können die eigentlich Tower diven? Werden sie sonst hitten? Check ich sowieso nicht. Das habe ich gerade überhaupt nicht gesehen. Weiß ich, wie du stärker bist denn? Äh, nein. Ah, ein Tanky. Hahahaha. Hahahaha. War das fast? Aber ihr pusht jetzt sowieso nicht, weil ihr alle AP seid und nichts pushen können. Hm, hm, hm. Hm, hm. Was soll ich mir denn? Ich glaube, ein Turm-Tänzer als nächstes. Oder nee, ich brauche, ähm. Hier, Last Whisper. Was soll ich denn überhaupt? 2-7 habe ich. Sehr gut. Moment, hier habe ich mal ein Blutschild. Das ist mein erstes Blutschild, was ich gerade aufbauen konnte. Da campen sie wieder drin. Kleine Ratten. Äh. Get paid and get out. Hatten wir auch Vize-Porken, sondern die ADCs. Sprich Graves und Soraka. Also Soraka ist kein ADC, aber... Da steht ein Viertel. Der hat die Litten. Wir müssen auf die... Okay, das war auf Graves. Die Frontline müsst ihr... Einfach... Wenn ihr an euch angerannt habt, kommt einfach ausweichen. Ist keiner drin? Okay. Der will auf mich, oder? Jetzt können wir auf die Hinteren gehen. Ich gehe auf Graves. Und ihr kümmert euch mal wieder um die Tanks. Riesengeil. Geht auf den da, Bossen. Endemeter. Du hast drei. Zweifel die Bounty. Fass. Nice Tankfokus. Lief. Ich war der Einzige, der... Ich war der Einzige, der hinten bei Graves und bei der... Ich war der auch hinten bei Graves. Am Ende. Du bist ein Himmel. Du bist ein Himmel. Du bist ein Himmel. Wie soll ich denn hinkommen? Ich habe keinen Move mit. Rats... Ah, Murutsu, hast du den Schneeball? Wurde er abgeblockt? Von was denn? Von Mannion? Anderen? Mhm. Ja, wir lassen sich jetzt umbringen. Ah, hier ein komplettes Team hier. Der Flash ist gleich wieder. Pass auf. Ne, der hat keinen Flash. Der... Der Kragas. Das geht unten, wo ich ab. Ah, dann hast du mein Ding rausgeschoben. Okay, der ist gerade ein bisschen zu weit drin. Der Broody. Aber die Minions machen mich gerade. Ach, stimmt. Wenn das Spiel wieder aufgeht. Ich gehe hinten auf Ding. Ups. Ah, oh, ich renne da auch noch rein. Ich vollidiot. Serat. Serat muss was mit dem... Geht auf die Graves. Boah. Alter, jetzt kommt doch Rumble. Ach, so Rumble war er gar nicht im Teamfight oder was? What the fuck? Rumble macht er nicht. Die sind einfach zu tanky. Wobei, undo. Kann ich mir das leisten? 75 Gold. Ne. Ich warte noch kurz. 55 Gold ab. Der Kragas kassiert aber auch. Helf dir mal. Der stirbt. Den hat er allein nicht geschafft. Oh, da kommt einer angerannt. Warte. Ah, der kommt nicht ganz vor. Danke. Hi, ich trinke weird Bier. Nice. A.D. hat einen Graves. Ich kann es wieder nicht sehen. Ja, wie viel hat er denn? Ich sehe es nicht. Ich weiß nicht. 335. Ich habe auch 335, exakt genauso viel wie er. Oh, Sorge hat gelitten. Oh, ja. Braucht ihn mal ein bisschen, das ist slow. Da fährt wieder was dickes vorbei. Wie ist das Fisch in der? Alter, selbst mit Ulti kriegst du das mal. Und du bist tot. Ja, ich glaube der Gragas, der spielt den gerade first time. Wobei, der hat mehr Kills als ich. Ich bin halt einfach zu squishy, weiß ich. Hey, das erste Spiel, was wir heute verlieren. Zum Schluss das erste, das zweite. Was tut denn? Was tut denn? Was tut denn? GG, weil vielleicht mehr Pizza ist hier. Wurz. Okay. Erstmal. Dancen. Das sieht man gar nicht. Okay. Das war wieder eine Runde Aram-Action. Ich war Hard-Carry mit zwei... Was hab ich? 2.10 oder so? Läuft. Bis dann. Tschau, Leute. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.